also ich weiß dann noch mal hin also ich bin schon extrem geil einfach mal einfach mal so rein zu gucken und einfach nur einspringen wieso sollte man auch sein nehmen was dann was da angezeigt ja warum man ja nicht für schwache köpfe der unsichtbaren mauer ich weiß nicht, ob die andere gleich wieder stehen ich weiß nicht, ob die andere gleich wieder stehen hier ist erst da, hier ist erst da, das war doch irgendwo man muss sich nur selbst verstehen können hier sind wir downstairs alter ich sehe nichts mehr, es ist einfach nur Spaß einfach ah, da ist unser Loch okay warte dampf geht das tief runter da will ich wirklich wissen, was hier ist oder wo ich bin dass es so schlau ist, hier so ein riesen paar labber zu machen verursacht warte was glaube ich warte das geht noch tiefer runter alter leck mich am arsch Okay, das war's. Ich weiß noch nicht, wer ich davon halten soll hier. Noch tiefer runter. Mach mich fertig. Mach mich echt fertig. Ah, wie tief ich bin. Alter. Ich bin sehr kalt. Ich bin sehr kalt. Und da bin ich hergekommen. Warum zur Hölle ist das Licht? Was geht denn los? Da unten kriege ich einmal kurz Luft. Ich bin sehr kalt. Ich bin sehr kalt. Ich bin sehr kalt. Hä? Ich bin sehr kalt. Ah krall, was ist hier los? Ist das noch endlich? Ich weiß nicht wohin. Kann ich hier machen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich schlucho. Ich geh zu. Ich schlucho. Alter! Ey, will ich da wirklich runter? Ich kann mir nur einen Pfeil bauen. Ich kann mir nur einen Pfeil bauen. Ach, da sind mehrere! Okay. Kriege ich nochmal Feuerpfeile? Okay. Damage Error. Grasen Power. Okay. Krieg. Die Knie sind los. Die Knie ist los. Die Knie ist von einem BK-UN. Die Knie sind los. Scheiße! Oh, oh! So, Halle! Was ist das? Harte! Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Alter, ich werde nie wieder schlafen können. Ich bin... Ich steck fest. Ich steck nicht fest. Holy fucking shit. Ich bin im Loch. Ich bin im Loch. Junge, ich bin... Junge, ich bin im Loch. Ich bin im Loch. Ich muss... Ich... 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 Ich muss... erst mal kurz speichern. Na? Ich... Ich speichern mal. Weil... Ich... Ich weiß ja nicht... Was hier gleich mal so... passiert. Witze! Also... Ich... 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 Okay. Okay. Can be used as a light source or as a scarf of MMK. Okay. Okay. muss unbedingt was essen, ich habe aber nur eine drei verkackte regel stöckchen habe ich ganz schnell mal eben ein kleines feuer kann ich mir mal eben hier einen kleinen hasen zureißen, das wollte ich nicht für äh, süche Wüste weg mich am Arsch, ich bin echt drin das ist schon unheimlich das möchte ich aber mal gesagt haben so wie gestern haben wir können wir noch einen Schluck trinken dann gehen wir nach unten aber wie aber wie ich kann mich jetzt für feierabend zum Brühl runter so scheiße okay, wir sind hier ich gehe kaputt aber nicht schon wieder ey ja such oh Uuuuhh! Fuck 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 fuck! Alter ich kann nicht mehr! Uuuuhh! Hammer und Bein Hammer noch! Die Fresse ey! Haben jemanden gefunden? Ja wo? Ja wo? Ein Hohenzstahleffekt! Ja! Wieso stehen hier Kerzen? Ey das ist echt so unheimlich hier! Ja! Ja! Wie kann ich jetzt hier? Verwicht! 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 Kaffee Ah, ja, 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 ja. Oh. Nein, 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 nein. Medizin! Fuck! Alter! Was ist das? Hab ich nicht. Da komm ich schon mal nicht hoch, weil ich da ein bestimmtes Werkzeug nicht für habe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Also da will ich weiter runterkommen. Und dann kann ich wieder hoch gehen. Warum? Mal vergessen. Was ist das für eine riesige... Mit der Bibel? Du Tochter mit der Bibel! Ohne Scheiß, ich bin heil vor, da ich draußen gespeichert habe, weil hier drinnen... Ich glaube, ich werde mich so verlaufen. Na klar, so ist schon wieder verbrannt. Vorher schon mal. Ich bin noch mal dein Arme. Ich bin noch mal dein Arme. Ich kann weiter... Erst mal satt essen. weil ich ja weiß, wann es wieder was gibt da gehe ich jetzt erst nach oben, also da oben weiter, oder gehe ich erst nach oben? die kann mich immer so schwer entscheiden, ey ich müsste ja eh wieder nach oben irgendwann aber ich bin jetzt aber jetzt wieder mal wieder das ist ganz schön, ich werde hier raus ich habe das gerade schon noch mehr Alter Vater, da sind Fische drin. Ich muss mich mal wieder hier raus. Hallo? Ich will hier vielleicht mal wieder aus dem Scheiß Wasser raus, Kollege. Da kann man ja nicht aus dem Wasser raus. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Ein Schaf. Nein, der ist nicht. Warum müssen wir hin? Entschuldigung. Ein Schaf. Da kann ich hoch und da kann ich hoch und wieder hoch. Wird hier unten gar nichts? Ich bin schon hier unten, da will ich ja nichts verpassen. Ich kann ja echt sein, dass ich irgendwie nicht vom Grunde runtergekommen bin. Aber wir kämpfen uns extrem nett. War nicht auf dem Vorhang. Da bin ich rumgelaufen, da bin ich runtergekommen. Da kam ich her. Ich glaube nicht, dass da unten jemand war. Scheinbar ich oben weiter. Oh mein Gott. Und der Kletter wird einmal warm. Der Typ kennt nichts. Das ist der absolute Oberkletter. Das geht ja nicht an. Das sieht sich ja hier fest. Was soll ich machen? Was soll ich mit dem Wasser springen? Ich werde das nicht ausprobieren. Ich werde das nicht ausprobieren. Ich werde jetzt aufgehen. Die ganzen Lichter hier in der Hühne. Ich bin davon. Ich bin davon. Ich bin davon. Abgefahrene Scheiße. Ich bin davon. Das sind Fische. Was ist denn da oben weitergehen? Was ist denn da oben? 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 Alter! Was ist denn da oben? Und da oben? Und da oben? Was ist denn da oben? Und da oben? Und da oben? Und da oben? Und da oben? Was ist denn 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 da oben? Und da oben? Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Not機? Was bist denn da oben? Wie ist denn da oben? Denk mich am Arsch. Also, so scheiß hab ich dich gerechnet, als ich, äh, vorgestern angefangen hab. Immer dunkler. Ich hab vorher schon kaum noch was. Alter und drüber. Allerdings ... Zu aller ist's los. Ich fange doch alles nicht. Ich fange doch mal an, ich fange doch mal an, ich fange doch mal an. So, da stehen jetzt Lampen und alles. So, wieso habe ich nur so wenig Licht? Alles wird gut, muss keine Angst haben, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Gut, was, keine Angst, alles wird gut. Alles wird gut, alles wird gut. Welche sind sie hier? Hat das noch mit dem Loch zu holen? In die unendlichen Verlaufen. So, das war's. 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 Nix mehr. Scheiße! Ist einfach zu dunkel. So, das war's. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk